So, äh, ja. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier ein kleines Paket. Ihr habt es auch schon dem Titel entnommen. Ich werde euch einfach mal zeigen, was in diesem Paket drin ist. Tada, die Insomnia-Designer-Box von Alias. Das ist meine erste Musikbox, die ich mir jemals bestellt habe. Also jeder Rap-Künstler macht ja solche Musikboxen. Aber das hier ist meine erste Musikbox, einfach aus dem Grund, da es aktuell diese ganzen Streaming-Angebote gibt und jeder einfach streamt und sich kaum noch CDs kauft. CDs habe ich mir früher immer ganz gern gekauft, aber so eine Box habe ich mir jetzt einfach mal wieder gegönnt, weil ich Bock drauf habe. Erstens aus Support-Grunden. Und zweitens war ich Alias einfach mega feier. Und ja, deshalb dachte ich mir, ich gönne mir diese Box. Und ich dachte mir, ich mache einfach ein kleines Unboxing daraus und zeige euch, was da so alles drin ist. Und ja, und vielleicht werde ich ein, zwei Tracks laufen lassen, ganz kurz, damit ihr so einen kleinen Einblick bekommt, beziehungsweise hört, was da so abgeht. Diese Box sehe ich irgendwie nicht auf. Auf jeden Fall mega hochwertig, das ist aber bei den ganzen Boxen, denke ich, so Standard aktuell. Weil, ja, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Die Box ist geöffnet und das erste, was direkt ins Auge sticht, ein kleines T-Shirt oder großes, ich weiß es noch nicht, ich muss es erst mal anprobieren. Ganz schlichtes T-Shirt, das werde ich mal direkt anprobieren. Zack, Sitz wackelt und hat Luft. Mega entspanntes T-Shirt, kann ich auch im Training ganz gut anziehen, weil es so ein bisschen Oversides sitzt. Machen wir weiter mit einem sehr interessanten Ding in der Box, ein Comic. Ein Comic mit, ja, verschiedenen Rap-Künstlern und so weiter. Also einfach so ein Comic zum Lesen. Also mega nice hier. Sieht man die Tour, wo die Tour waren und so weiter und so fort. Bin mega gespannt, ich werde mir das einfach mal so ein bisschen reinziehen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Dann geht es weiter mit so ein paar Stickern oder was ist das? Sticker oder, ja, keine Ahnung, oder Postkarten? Kein Plan. Und was mega chillig ist, was in der Box ist, eine Schlafmaske. Also ich sehe gar nichts mehr dadurch. Es ist ja auch der Sinn von einer Schlafmaske einfach, damit man besser schläft und ist ja auch ganz gut. Für die Regeneration braucht man ja einen guten Schlaf. Kann man die auf jeden Fall benutzen, werde ich... Ich mach mal kurz ab. Ist für Reisen oder so ganz gut oder wenn ich mal bei meiner Schwester schlafe im Wohnzimmer und die keine Rollos haben, kann ich auf jeden Fall diese Schlafbrille benutzen, weil ich sonst immer irgendwie so eine Schale oder so auf meine Augen gepackt habe, damit ich einfach besser schlafe. Und ja, da kann man jetzt auf jeden Fall so eine Schlafbrille zurückgreifen. Ist mega chillig, nice auf jeden Fall. Und kommen wir sozusagen zum Herzstück der Box, warum es sich viele bestellen, denke ich mal, die CD. Oder besser gesagt die CDs. Einmal haben wir hier die Insomnia-CD ganz normal mit den ganzen Tracks. Das Album heißt Insomnia. Und ja, deshalb auch die Schlafbrille übrigens. Insomnia ist so eine Schlafkrankheit. Das heißt, dass man nicht schlafen kann, schlaflos ist. Und jetzt kann man mit der Schlafbrille und der Musik perfekt schlafen. So interpretiere ich das. Ich denke mal, so ist das auch überlegt. Einfach mal so. Und vielleicht werde ich in ein, zwei Tracks mal reinhören, damit ihr, ja, wie gesagt, damit ihr Bescheid wisst. Dann einmal die Instrumentals. Falls ich mal Bock bekomme, zu rappen oder so. Natürlich nicht. Also, ja, ich weiß nicht, mit den Instrumentals kann ich nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht, ja, ich suche mir ja immer die ganzen Remakes für meine Videos. Die Leute, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich ab und zu mal diesen Euphoria-Beat, das ist auch von Alias und Kollegah, öfter mal benutzt habe. Und ja, dafür ist es eigentlich ganz geil. Aber die kann ich ja nicht original benutzen, weil das ja Copyright und so. Und das geht natürlich nicht. Und was richtig geil ist, was ich feiere eine Bonus-EP mit so ein paar Extra-Songs. Ich glaube, fünf sind da drauf. Genau, fünf Lieder. Die werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Da muss ich auch wieder meinen CD-Spieler anmachen, weil ich weiß nicht, ob man das hier auch streamen kann. Denn das ist ja eine Bonus-EP, die ist nur in der Box. Deshalb logisch, oder? Ja, das hätten wir eigentlich geklärt. Das war die Box. Und jetzt werden wir mal so ein paar Lieder reinhören, ganz kurz, die ich ganz geil finde aus dem Album. So, das Lied feiere ich persönlich. Das ist auch das erste Lied auf dem Album. Das wurde auch schon veröffentlicht vorher. Ist mega nice. Ich weiß nicht, welche Musik feiert ihr denn so? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich feiere verschiedene Rap-Künstler. Und ja, ich feiere halt einen mehr als den anderen und den anderen mehr als den anderen. Und natürlich ergibt es ihn. Und ich finde, Alias ist einer der Künstler, die viel zu wenig, ich würde nicht sagen, Aufmerksamkeit bekommen. Er bekommt schon gut Aufmerksamkeit. Aber ich finde viele, ja, weiß nicht, feiern den nicht so. Obwohl er meiner Meinung nach technisch und wortspielt, technisch, sag ich mal, extrem nice ist. Gehört meiner Meinung nach auch zu einem der Besten, auch wenn die Musik nicht für jedermann ist so. Finde ich trotzdem, dass er weit oben mitspielt. Also, ja, deshalb feiere ich. Sonst würde ich mir die Box nicht holen. So, also chillig. Nochmal zum Verständnis. Ich mache das Unboxing, weil ich mega Bock drauf hatte. Und nicht irgendwie, weil ich dafür Geld bekomme. Oder, keine Ahnung, vielleicht denke ich das ja einige. Aber ist mega, alles mega chillig. Ich feiere es einfach und dachte mir, ich mache Unboxing. Warum immer Supplements unboxen, wenn ich auch was anderes unboxen kann? Zum Beispiel Musik, Spiele oder irgendwas anderes. Ja, und dann gibt es noch ein Lied, was mega nice ist. Natürlich mit Kollegah. Das kennt man auch. Das ist der nächste Track, den ich feiere. Eigentlich alle Lieder, die er mit Kollegah gemacht hat, sind Bombe. Ja, Todeskombi wie ein Leichenwagen. Und ja, deshalb würde ich sagen, gibt es noch ein geiles hier. Ich muss sagen, je öfter man das Album hört, desto geiler findet man das. Ich habe es natürlich vorher schon, also heute Morgen, bevor ich das Unboxing gemacht habe, schon gehört, halt weil es schon auf den Streaming-Plattformen verfügbar war. Und da muss ich sagen, feiere ich noch ein Lied richtig mit Sixten zusammen. Das ist eher so ein gute Laune-Lied, muss ich sagen. Also feiere ich mega nice. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Wie gesagt, Designerbox, Comic werde ich mir reinziehen. Und ja, mal was Neues auf meinem Kanal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Und welche Musikkünstler ihr noch feiert. Und was ihr euch noch so vorstellen könnt, was ich anboxen könnte. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und über ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, Montag kommt wieder ein Special-Video, denke ich. Mal gucken, seid gespannt. Das würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ach ja, das Album ist übrigens heute rausgekommen, wo ihr das Video seht. Das ist ziemlich aktuell. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Damit würde ich sagen, lege ich mich mal schlafen. Zack, sitzt, wackelt und hat... Alle. Alle.